Am Freitagnachmittag, 7. Juli 2023, kam es gegen 14.15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Motorroller. Die Zweiräder kollidierten auf freier Strecke der Landesstraße L3106 zwischen Hüst und Annelsbach. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um die beiden Verletztenfahrer. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte und prüft, ob etwa einer der beiden Beteiligen ein Wendemanöver vollzogen hat. Zum Unfallzeitpunkt wurde die Straße von vielen Verkehrsteilnehmern als Umleitungsstrecke für die, durch einen Brand gesperrte www.b45.de genutzt. Durch die jetzt unfallbedingte Sperrung der L3106 kam es endgültig zum Verkehrschaos rund um Hüst.